Hallo zusammen, ich hoffe euch allen geht es gut. Ich habe ein gutes neues zu verkündigen. Ich bin jetzt gleich auf dem Weg für ein Swissmotto. Die grösste Dörf-Ausstellung hier in der Schweiz. Also die, die noch vorbeikommen möchten. Es ist Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag offen. Wir haben einen Stand dort. Mami und Liliane sind dort Fansachen verkaufen, gerade beim Eingang. Wenn man reinkommt, entweder rechts oder beim Ausgang gleich links. Meldet mich doch, wenn ihr vorbeikommen, können wir das Kaffee nehmen oder zusammenschnurren. Und die Big News, die ich jetzt habe, ist, dass ich dieses Jahr noch für ein Honda Superbike für Zwecksteam den Tausinger testen kann. Auf Honda. Und wir können dort hier sechs Mal testen. Plus auch noch das 8-Stunden-Rennen in Suzuka fahren. Und das ist sicher eine super Möglichkeit, noch ein bisschen mehr zum Fahren zu kommen. Professionelles Team. Super, super sacht, dort bei Honda drinnen zu sein. Es kann auch Ersatzfahrer sein, wenn beim Superbike-Team, beim HRC-Team, wo der Bautista oder Haslam fährt, etwa verletzt wäre oder so. Was wir natürlich nicht hoffen. Ich könnte dort hier Ersatzpilot sein, ich hoffe. Ja, sicher auch ein riesen Dankeschön vom Zintakt-GP-Team, wo ich in MotoE erfahre, dass sie mir das erlaubt haben. Ähm, ja. Der erste Test wird im März sein, in Malaysia. Und ja, ich freue mich riesig drauf. Der erste Test für uns in MotoE wird in Keres sein, vom 10. bis zum 12. März. und, äh, ja. Wird euch wieder auf dem Laufenden behalten, sobald es wieder etwas Neues gibt. Also, ich wünsche euch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende oder vielleicht bis ein weisses Motto. Tschüss.